Wir sind jetzt ja hier schon ein bisschen länger im Käferzelt und haben auf jeden Fall Werner und Walter gefunden. Ich kannte sie nicht als Berlinerin, sie sagen mir aber, sie sind bayerische Urgesteine. Das Auffälligste ist ja tatsächlich dieser Wahnsinns-Hut und hier diese Broschen im Bart. Woher kommt das denn? Wie guckt man denn auf sowas? Durch Zufall. Ich habe lange gesucht nach einem Badschmuck, habe ich keinen gefunden, habe Trachtenvereine gefragt, die haben auch nichts gewusst und durch Zufall haben sie gesagt, ja, tu halt irgendeine Brosche oder was rein. Aber das trägst du nicht immer, oder? Am Wochenende, wenn ich Trachto habe und Lederhosen habe, dann auf alle Fälle. Super, sieht auf jeden Fall sehr beeindruckend aus für mich als Berlinerin, ich kenne sowas ja nicht, aber ja, also Wahnsinn. Woher kommt das alles, also die ganzen hier oben? Das ist dann alles so wie die, von meinen ganzen Urlaven, was ich immer gemacht habe. Ah ja, okay. Dann noch ganz viel Spaß heute Abend, ne? Okay, schön, herzahe ich jetzt. Okay, ciao. Das war's für heute.